Wir fangen an. Torhüter sollen ja eine Macke haben. Was ist Deine? Dass ich keine habe. Hast Du vor Spielen ein besonderes Ritual? Ja, die Faust zum Himmel. Hast Du eine Lieblingsserie im Fernsehen? Ja, ich schaue Stutes sehr gerne. Gibt es einen Beruf außer Fußballer, den Du gerne machen würdest? Boah, ich wollte früher mal Pilot werden. Wieso geht man eigentlich ins Tor? Will man nicht eigentlich Tore schießen? Doch, eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Wer hat in Deinen Augen den besten Schuss? Vor wem hast Du am meisten Angst? David Alaba. Wie steht es um Deine Basketball-Skills? Weniger gut. Der angesprochene David Alaba hat bei uns bei den Zehn Kurzen gesagt, er weiß nicht, was man bei Liebeskummer macht. Hast Du ein Rezept? Essen. Was ist Dein größtes Talent außer Bälle fangen? Boah, was würde ich sagen? Hui, schwere Frage. Ja, Bälle aufheben. Was muss man machen, um Dir richtig miese Laune zu verschaffen? Nicht ehrlich sein. Magst Du zum Abschluss noch jemanden grüßen? Ich grüße alle, die Fans vom FC Bayern München sind, vom Basketball und vom Fußball. Sehr gut. Danke. Danke, Danke. Vielen Dank.